So, ja, es soll eine extrem langsame Uhr werden. Hier nochmal ein bisschen Redstone wissen wir, ganz Anfänger. Hier ist es eine Uhrenschaltung. Eine Uhrenschaltung müsste jeder kennen. Nur halt in extrem langsamen. Und die hier ist echt extrem langsam. Ja, die ist ungefähr so langsam wie ein Rentner, der so langsam ist, dass eine Schnecke ihn überholt. So, ja, das ist ungefähr so langsam. 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 So. 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 So, 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 so. So, so, so. So, so. So, so. Dann noch so. Dann muss ich doch eigentlich... So, ja. Jetzt hier noch so. So, und jetzt... Oh fuck, jetzt habe ich mehrere... ...dinger gleichzeitig losgeschickt, wa? Das wäre ganz schlau. Bindung trennen! Und das ist zu ihr langsam. Ich habe jetzt nur ein Signal. Okay. So. So. Nun wird es hier hergespült. Und dann... ...plopp... ...und... ...saus! Schon ist es weg. So, meine Arbeit ist hier getan. Die Eierfarm ist repariert worden. So, jetzt bin ich auch außerhalb der Rendering... ...des Renderings... ...vom Redstone und so. Jetzt bin ich nur noch bei einer... ...dinger ins... ...die Eier, sehr gut. Funktioniert. ...und dann bin ich jetzt auch echt müde. Ach, hier... ...fraglich. Damit sage ich... ...klar, schon mal schönes... ...aufgabe... ...eure Party. Ja, das... ...ne... ...ne, normal. So, damit sage ich... ...schüss, und bis zu nächstes... ...eure Aufgabe. So, und damit hallo und herzlich willkommen... ...zu einer neuen Aufnahme... ...von Let's Play Minecraft. Ähm... ...hier unten ist mein Inventar leer... ...weil ich... ...vorhin... ...Screenshots gemacht habe... ...wegen meinem neuen... ...Kanal-Design. Ich weiß noch nicht, ob ich das lasse. Mal gucken. Bei euch... ...für euch müsste das eigentlich schon... ...bisschen länger jetzt draußen sein. So... ...erst mal müssen hier die... ...Kürbisses... ...weg. So... ...ne, das war hier mit Stein... ...wurder sowieso nicht schneller geht... ...mit der Achse. Ich glaube, mit einer Hake geht das am schnellsten... ...die Dinger abzubohren. So... ...ok... ... ... ...so... ...oh... ...oh... ...an die Enten. Vielleicht ein bisschen leise... ...hups... ...hups... ...aber nicht so leise... ...zu... Und im Endeffekt ist ja dieser eine Klöcksel da nicht weiter schlimm. Na ja, kein Tier? Doch. Kuh. Viele Küh. Kann man schnaufen? Oh ja. Oh, jetzt kriege ich da aber keine XP-Füber. Logisch wäre, also cool wäre eigentlich, wenn Kühe auch verhungern könnten, obwohl das ja scheiße wäre, da müsste man mehr machen, dass sie überleben. Und ich weiß noch nicht, ob ich eine automatische Zucker-Roll-Farm machen würde. Oh mein Gott. So, Yoshi. Mit seinem coolen Dschungelgehege da. Guck mal auf der Minimap, wie das zugewachsen ist mit Grün. Cooles Clost und Zeug. Okay, der hier ist schon gewachsen. Die in der Mitte können nicht wachsen. Nein, das ist ja nicht falsch. Die in der Mitte können nicht wachsen. Ja, der hier sowieso nicht. Ist der etwa in den Mammutbom gewachsen? Yep. Alter, man fühlt sich doch hier, als wenn man in einem... Oh, supi. Ich bin auch am überlegen, ob ich mal... ...mal den coolen Dschungelgehege. So. Alter, das war richtig... ...heikel. So, ähm, was will ich machen? Ich habe heute auch nicht so viel Zeit. Ich nehme auch ziemlich viel im Voraus im Moment auf. Ich habe nämlich noch 20 Folgen oder so, die habe ich aber alle noch nicht hochgeladen, weil ich auch mal nicht so viel Zeit habe. Ähm, also ich renne da viel und währenddessen kann ich nicht gut hochladen. ... ... ... ... ... ... mir doch die Eier was ist denn hier jetzt oh manu ey ich lass den ganzen hier einfach nochmal ich rechse jetzt einfach nochmal die Pipes ab und dann stelle ich mir noch die Schilder so eine Axt baue ich mir jetzt und dann werfe ich erstmal ganz viele Sachen hier hinein die ich im Moment nicht brauche eigentlich voll gut so ernsthaft so was sollte ich mal unten einführen werfe ich einfach alles rein und dann kann ich das später noch sortieren wie gesagt die goldenen Rohre sind Beschleunigungsrohre so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017